Ich glaube der Baum ist jetzt abgebaut, er löst sich auf. Es wird schon wieder dunkel, Andi. Also Leute, wir müssen hier wieder alles einsammeln. Wir nehmen noch kurz das ganze Holz. Alter, wie geil. Andi muss hier her. Siehst du mich? Nein. Guck hier mal hin, ich seh dich. Pass mal auf jetzt. Leute, ich komm da nicht drüber. Klar, ich hab noch nie so ein Werkzeug gehabt. Erstmal was essen. Alter, eine Schippe zu verzaubern ist krank. Oh ja. Errungenschaft freigeschaltet, dreimal Holz eingesammelt. Juhu. Ach du hast ja deinen Rechner neu gemacht. Unge. Na, wir müssen schlafen gehen. Die Zombies nehmen grad überhand hier. Ja. Lass mal grad pennen gehen. Ich glaube wir sollten uns gleich mal Betten bauen hier im Haus. Ja. Wir gehen jetzt grad noch da hinten schlafen und dann nehmen wir uns mal Betten mit. Und wenn wir die erstmal unten in die Küche stellen, ist doch egal. Ja. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt besser ist. Also bei mir läuft's auf jeden Fall besser, Leute. Ich hoffe, dass das im Video nachher genauso ist. Aber... Man muss ja auch so sagen, wir haben uns teures Equip zum Rendern grad gekauft. Ich hab' es schon etwas länger und der Andi hat jetzt auch zugeschlagen. Genau. Und... Hab' wir gekauft und dann draufgeschlagen. Hahaha. Nein, wir haben halt abonniert bei Adope das Programm. Kann man ruhig so sagen. Abonniert, ne? Ein Abo gemacht. Genau. Und passt schon. Kannst du die Band... Wenn du nach Mediamarkt fährst... Ja, mach ich. Wenn du nach Mediamarkt fährst und da steht jetzt zuschlagen. Und dann einfach reingehen und erstmal so einen Verkäufer verprügeln. Genau. Bah! Krieg die Herren in die Fresse. Dass die Zähne in den Fernseher stecken bleiben, weißt du. Hahaha. Also, weißt du... Mein Material reicht auf gar keinen Fall, Andi, ne? Bäume, Blüten, Wetter, da Wolle. Aber ich gehe gleich einfach bei und gehe gleich in die Wüste und farm gleich ganz schnell ein paar Sand. Das stört mich grad gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei der Schippe ist das einfach episch. Ich sollte grad sagen, das geht ja sowas von ab hier. Die Erde müssen wir hier auf jeden Fall angleichen, Leute. Das geht ja grad gar nicht. Also episch Schaufel. Da sieht man einfach, dass wir nach über 200 Folgen sowas immer noch nicht in der Hand hatten. Und dass wir wirklich nicht privat spielen. Tun wir einfach nicht. Wir spielen nur mit euch. Wo wir manchmal uns schon danach ist, Minecraft zu spielen. Aber dann nehmen wir einfach auf. Hallo. So, jetzt haben wir das hier so ein bisschen angeglichen. Hör Leute, wir rennen mal grad in die Wüste. Wüste war auch hinten, ne? Bei Schnee da lang. Und holen wir uns einfach mal grad hier 10 Stacks Sand. Das geht ja schneller, als der wilde Gott erlaubt. Ähm, was gibt's denn sonst Neues? Ja Leute, Wutstocks Wut verschoben. Andi, bringst du jetzt auch in Tränen aus? Äh. Nö, ne? Äh. Aber, Leute, bleibt ruhig. Sonst hättet ihr auch beinahe bald kein Battlefield 4 bekommen. Mhm. Ja, weil Battlefield hat nämlich genau das gleiche Problem wie Ubisoft gehabt, dass das Spiel gar nicht so einfach oder die neuen Spiele wohl gar nicht so einfach auf der neuen Plattform zu installieren ist. Oder zu programmieren, wie Sony und Xbox das so bekannt gegeben haben. Und dadurch verschiebt sich wohl alles. Gut, äh, ich find's bei Wutstocks jetzt gar nicht so schlimm. Ich find nur die Gerüchte so armselig. Das kommt später, weil GTA und so rausgekommen ist. Wer glaubt denn den Homebook? Also, ich glaub das nicht. Weil Ubisoft hat schon immer das Gegenteil von anderen gemacht. Oh, ja. Alter, wie übel. Du hast halt eine komplette Wüste gleich abgebaut, oder? Alter, ist das krank. Absolut episch. Absolut episch. Aber man kann auch so machen. Das ist gar nicht kontrollierbar. So, mal alles einsammeln, was wir hier haben. So, was haben wir jetzt schon? Eins, zwei, drei, vier Stacks, fünf. Fünf Stacks und 30, Andi. Oh, nice. Heftig, oder? Also, ich find's heftig. Einfach hier seitlich dran langlaufen. Immer zwei Stück auf einmal baut der ab. Immer. Das ist geil. So macht das Spaß, wenn man nicht so viel Zeit dabei vertrödelt. Auf jeden Fall, ja. Eins, zwei, drei, vier, blablabla, blablabla, blablabla. Vier, vier, fünfe, sechse, sieben, acht, achtenhalb, sechs schon wieder. Wir machen jetzt mal Rasenmähen. Nur Sandmähen machen wir gerade hier. Absolut geil. Leute, ich kann gar nicht reden, ja. Das ist so episch hier gerade. Andi, was sagst du eigentlich für ein Fazit aus Battlefield 4 Beta? Fazit Battlefield 4 Beta? Ja. Äh, hat noch ein paar Kinderkrankheiten, die man aus Battlefield 3 auch noch kennt. Aber so halt, äh, sehr geil. Ja, ne? Ja. Aber wenn ich lese oder zur Zeit in Forums schaue, dass die alle sagen, dass der Helikopter mit der Munition-Einsparung immer noch zu krass ist. Finde ich nicht. Ja, dann als Helikopterpilot sag ich, äh, dass du die mit RPG, die man nicht lenken kann von realistisch gesehen her, äh, lenkbar machst und dadurch, äh, den Hubschrauber komplett aus dem Spiel hebelst. Äh, klar. Finde ich auch. Mit einem Schuss. Ja, ja. Und man muss ja sagen, der Hubschrauber hat ja jetzt ne Schadensdingen, also in dem Sinne, dass wenn du getroffen wirst, geht der Motor aus. Einfach plups. Finde ich absolut genial. Finde ich auch. Du fliegst ja, kriegst einen Hit in den Arsch und dann strauchelt der Motor auf einmal, rödda, 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 rödda. Du kannst nicht mehr lenken, siehst, wie du immer weiter sinkst und sinkst und dann packt er auf einmal und dann kommt er wieder hoch und dann kannst du wieder wegziehen mit Glück. Das ist so geil gemacht schon. Ja, was einfach daran auch geil findet, es ist einfach realistisch. Ja. Ja, aber dann diese scheiß RPG, ja gut, vielleicht werden sie das ändern. Hoffentlich. Ich hoffe, dass wir das mit dem Hubschrauber mit dem Motor lassen, weil da haben sich ja auch saumäßig viele beschwert, saumäßig viele. Ja, das sind halt die COD-Kitties, die Battlefield ausprobiert haben. Also, keine Ahnung. Also, ich bin immer noch der Meinung, so wie der Hersteller das Spiel macht, so hat das auch zu sein. Und, äh, ich würde auch sagen, wenn die ein Spiel hersteller und die finden das und das kacke, dann sage ich ja, dann kaufst du sie nicht. Dann ploppisst du dich halt. Genau. Ich bin wieder COD. Ja. Ich will, dass das so ist und dann ist es gut. Dann musst du dann klarkommen oder es lassen. Klar, manche Sachen kann man wirklich sagen. Ja, manche Sachen sind dann scheiße und dass wir dann versuchen zum Beispiel Waffen zu balancen und dies und jenes. Ist alles okay. Aber jetzt diese geile Mechaniken, die ich einfach total genial finde, wie das mit dem Flugzeug, dass der Motor sich abstellt. Ja, was sie ja damit verhindert, ist einfach, dass du immer dicht über dem Boden fliegst. Weißt du, was ich auch geil finde? Hä? Dass du selbst dem Panzer eine Lackierung deiner Wahl geben kannst. Genau. Es gibt über 200 Lackierungen und du kannst denen die geben. Dann sieht der Panzer so aus. Genau. Wenn du eine hellrosa Hello Kitty Panzerung in Farbe hast, dann kannst du den so aussehen. Ja, was... Wäre da ein pinker Panzer mit Hello Kitty drauf rum. Ja, da würde ich mich glaube ich nur noch kaputt lachen, wenn ich den sehen würde. Alter, ich würde mich so bepissen. Geil wäre das. Aber das würde auch wieder ein bisschen bescheuert sein, weil das dann halt wieder die Realistik aus dem Spiel raushaut. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Hello Kitty Ding ins nehmen würde. Nein, nein. Das sind ja diese Tarn-Panzer-Farben. Genau. Das habe ich bei meinem Hubschrauber, das könnt ihr auch bei dem Battlefield Beta Video sehen, dass mein Hubschrauber weiß ist. Weiße Tarnung. Genau. Also du kannst das wahrscheinlich an den Landschaften anpassen. Wenn du in der Wüste bist, hast du ein Gelb zu machen. Genau. Hast du Sandtarnung. Genau. Und dies und jenes. Das kommt glaube ich schon richtig geil. Tok, tok. Kloppt jemand an der Haustür. Hier nicht. Da. Und raus. Wahrscheinlich wieder drinnen, ne? Ja. Ich weiß nicht warum. Da ist eigentlich alles hell genug. Oh Leute, jetzt sollte der Sandstein reichen. So. Wo müssen wir denn hier weitermachen? Hier. Ja. Natürlich könnt ihr das wieder in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mit dem hier. Mit unserem Weg, den wir jetzt hier in dem Sinne so bauen. Ähm. Ich muss auch sagen, also ich glaube, dass dieses Battlefield Teil wirklich sehr erfolgreich sein könnte. Ja. Denk ich auch. Denk ich einfach jetzt mal. Ob das wirklich nachher an dem sein wird, ist immer noch die zweite Frage. So, jetzt müssen wir natürlich hier. Ne, warte mal. Oh, jetzt wird's schon wieder dunkel, oder was? Ja. Du warst ja eben acht Minuten lang, äh. Dings fahren. Stand. Okay. Ja. Hast du jetzt Betten ins Haus gebaut? Äh, ne. Die haben wir ja im Inventar. Okay. Das wäre hier die Mitte gewesen, Leute. Wir probieren hier so eine Insel hinzusetzen. Gehen wir eben zurück. Ab in die Haus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, nein. Oh, doch. Hey, Alter. Wie schnell geht die Schippe hier durch? So. Hast du jetzt einen Eingang durchgebaut? Wo hast du die jetzt hingestellt? Wo hast du die jetzt hingestellt? Der erste Stock. Dann geh ich hier hin. Ist ja eh Hose wie Jacke. Schlafen. Ja. Ja, ähm. Ich bin mit Kamin im Hintergrund. Ach, herrlich. Ja, COD macht ja ziemlich großen Mund, dass sie ja unbedingt GTA schlagen wollen, ne? Von den Verkaufszahlen her. Ja. Verkaufen sie bestimmt an sich selbst oder so. Oh, wir haben 6 Milliarden Verkäufe. Und wer war der Käufer? Ja, ich. Haha, ich. Haha, ich. Du bist echt benagelt, Alter. So, das ist die Mitte. Dann haben wir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So könnten wir diese kleine Insel da lassen. Und dann machen wir den 2 breit. Also ich bin auch wirklich sehr gespannt, was dies Jahr noch so alles abgeht. Ja. Da ja viele Spielehersteller noch ihre Spiele zurückziehen werden. Also davon gehe ich aus. Also es wird nicht Battlefield oder so, wird nicht der letzte sein. Äh. Ubisoft. Wird auf gar keinen Fall der letzte sein. Denke ich nicht, Andi. Auf want. ikopf. f